1970 wurde Marihuana in den USA als Droge der Klasse 1 eingeordnet, die strengste mögliche Einstufung, was bedeutet, dass es komplett illegal war und kein medizinischer Nutzen anerkannt wurde. Jahrzehntelang hielt sich diese Ansicht hartnäckig und bremste Forschung über dessen Mechanismen und Wirkungen aus. Inzwischen ist der therapeutische Nutzen von Marihuana weithin anerkannt und manche Länder haben die medizinische Verwendung bereits erlaubt oder planen dies. Die wachsende Anerkennung des medizinischen Werts von Marihuana beantwortet jedoch nicht die Frage, ob der Genusskonsum schlecht fürs Gehirn ist. Marihuana wirkt auf unser Cannabinoid-System, dessen Rezeptoren in Gehirn und Körper vorhanden sind. Auch körpereigene Moleküle, die sogenannten Endokannabinoide, wirken auf diese Rezeptoren. Wir verstehen das Cannabinoid-System noch nicht ganz, aber es hat eine Eigenschaft, die einen wichtigen Hinweis auf seine Funktion gibt. Die meisten Neurotransmitter wandern durch Synapsen von einer Nervenzelle zur nächsten, um Nachrichten zu übermitteln. Endokannabinoide bewegen sich jedoch in die entgegengesetzte Richtung. Bei einer Nachrichtenübermittlung sendet das Empfängerneuron Endokannabinoide aus. Diese wandern zurück und wirken auf das Senderneuron. Im Grunde geben sie ihm eine Rückmeldung vom Empfängerneuron. Daher nehmen Wissenschaftler an, dass das Endokannabinoid-System in erster Linie dazu dient, andere Signale zu modulieren. Manche werden verstärkt und andere abgeschwächt. Die Rückmeldung durch Endokannabinoide verlangsamt die neuronale Signalübertragung. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass sie auch Verhalten oder Wahrnehmung verlangsamen. Etwa könnte die Verlangsamung eines Signals zur Hemmung des Geruchssinns dazu führen, dass Gerüche intensiver wahrgenommen werden. Marihuana enthält zwei Hauptwirkstoffe. Tetrahydrocannabinol, auch THC und Cannabidiol, kurz CBD. Man nimmt an, dass THC primär für die psychoaktiven Effekte von Marihuana auf Verhalten, Kognition und Wahrnehmung verantwortlich ist, während CBD die nicht-psychoaktiven Effekte hervorruft. Wie die Endokannabinoide verlangsamt THC die Signalübertragung, indem es sich an Cannabinoidrezeptoren anheftet. Allerdings bindet es sich gleichzeitig überall in diesem weitläufigen, verzweigten System an Rezeptoren, während Endokannabinoide an einem bestimmten Ort als Reaktion auf einen Reiz freigesetzt werden. Diese Streuung sowie die Tatsache, dass das Cannabinoidsystem indirekt viele andere Systeme beeinflusst, sorgen dafür, dass die individuelle Gehirnchemie genetische Veranlagung und bisherige Erfahrungen bestimmen, wie eine Person die Wirkung der Droge erlebt. Das gilt für Marihuana noch viel mehr als für andere Drogen, die ihre Wirkung über einen oder wenige spezifische Wege entfalten. Daher sind die schädlichen Auswirkungen, sofern sie überhaupt vorhanden sind, von Person zu Person unterschiedlich. Und obwohl wir nicht genau wissen, wie es zu bestimmten schädlichen Wirkungen von Marihuana kommt, gibt es klare Risikofaktoren, die die Wahrscheinlichkeit für deren Auftreten erhöhen. Der eindeutigste Risikofaktor ist das Alter. Bei Menschen unter 25 sind die Cannabinoidrezeptoren in der weißen Substanz höher konzentriert als bei Älteren. Die weiße Substanz spielt eine Rolle für Kommunikation, Lernen, Erinnerungsvermögen und Emotionen. Häufiger Marihuana-Konsum kann die Entwicklung der weißen Substanz stören und zudem die Bildung neuer Verbindungen im Gehirn behindern. Das kann langfristig die Lern- und Problemlösungsfähigkeit beeinträchtigen. Bislang ist unklar, wie schwerwiegend diese Schädigungen sein können und ob sie reversibel sind. Und je jünger jemand ist, desto höher das Risiko. Für 15-Jährige ist es zum Beispiel viel höher, als für 22-Jährige. Darüber hinaus kann Marihuana Halluzinationen und paranoide Wahnvorstellungen auslösen. Eine solche Marihuana-induzierte Psychose klingt nach Einstellung des Konsums meist ab. In seltenen Fällen geschieht dies jedoch nicht und es entsteht eine anhaltende psychotische Störung. Fälle von psychotischen Störungen wie Schizophrenie in der Familie sind der eindeutigste, aber nicht der einzige Risikofaktor für diesen Effekt. Marihuana-induzierte Psychosen erleiden zudem häufiger junge Erwachsene, wobei man aber erwähnen sollte, dass psychotische Störungen sowieso meist in diesem Alter auftreten. In solchen Fällen ist unklar, ob die psychotische Störung auch so aufgetreten wäre, da man nicht weiß, ob der Marihuana-Konsum sie frühzeitig auslöst, ein Katalysator für einen Kipppunkt ist, der sonst nicht überschritten worden wäre, oder ob die Reaktion auf Marihuana lediglich ein Hinweis auf eine zugrunde liegende Störung ist. Höchst wahrscheinlich sind die Auswirkungen individuell verschieden. Wie bei vielen anderen Drogen auch, reagieren Gehirn und Körper in jedem Alter bei wiederholtem Marihuana-Konsum weniger empfindlich, sodass man eine größere Menge für die gleiche Wirkung benötigt. Glücklicherweise besteht im Gegensatz zu vielen anderen Drogen kein Risiko einer tödlichen Überdosis. Und selbst starker Konsum führt nach dem Absetzen nicht zu schwächenden oder lebensbedrohlichen Entzugserscheinungen. Marihuana-Entzug löst eher subtile Symptome aus, wie Schlafstörungen, Reizbarkeit und depressive Verstimmungen, die innerhalb weniger Wochen nach dem Absetzen aufhören. Ist Marihuana also schlecht für dein Gehirn? Das hängt davon ab, wer du bist. Obwohl sich manche Risikofaktoren leicht identifizieren lassen, weiß man über andere noch nicht so gut Bescheid. Das bedeutet, dass es durchaus zu negativen Auswirkungen kommen kann, auch wenn bei dir keiner der bekannten Risikofaktoren vorliegt. Abonniere diesen Kanal für weitere faszinierende Geschichtslektionen, Weltraumabenteuer, knifflige philosophische Debatten und Antworten auf die seltsamsten Fragen über deinen Körper. Bleib dran und bleib neugierig!